Den Backofen auf 175 Oberunterhitze vorheizen Die Springform einfetten Für den Boden die Butter zerlassen Die Butterkekse in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz zerkrümeln Oder in der Küchenmaschine zermahlen Die Kekskrümel mit der Butter verrühren Die Masse auf dem Boden der Springform festdrücken Für die Käsemasse etwa 300 Gramm Frischkäse mit 1 Esslöffel Zucker und der Speisestärke verrühren Den restlichen Frischkäse nach Hunznacht dazugeben und einrühren Anschließend den restlichen Zucker Vanille, Salz und Creme, Double oder Sahne hinzufügen Zum Schluss die Eier untermengen Die Käsemasse auf dem Boden in der Springform verteilen Im Ofen auf mittlerer Schiene etwa 60 Minuten backen Der Kuchen sollte fest sein Klammer auf in der Mitte, darf er sich aber noch etwas bewegen, wenn man gegen die Form stößt Der Kuchen Und in der Mitte, darf er sich nennen Folio �